Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem wichtigen Infovideo und zwar jetzt in diesem Video darum wie quasi Retail WoW 2024 abgeschlossen wird und zwar wurde jetzt bekannt gegeben, dass Patch 11.0.5 im Prinzip hauptsächlich das 20. Jubiläumsevent von WoW beinhaltet also der 20. Geburtstag von WoW wird ja noch Ende des Jahres 2024 gefeiert und Blizzard hat jetzt auch schon indirekt bestätigt, dass es auch ein ganzer Patch ist und der Hauptinhalt dieses Patches 11.0.5 ist quasi das 20. Jubiläum von WoW und nebenbei soll es angeblich auch noch ein bisschen weitergehen mit der Geschichte von The Wolf Inn und Quests wahrscheinlich neue Inhalte und Systemupdates, vielleicht auch noch ein paar Klassenbuffs und Nerfs aber ja wir gehen weiter rein, ansonsten haben wir hier nämlich weitere Informationen und zwar können die Trakteur mit Patch 11.0.5 dann auf jeden Fall auch als Jäger, Schurken, Priester, Magier, Krieger und Hexenmeister gespielt werden, also dieses Volk kann man dann dementsprechend diese Klassen auch spielen als Trakteur dann haben wir neue Aszendenzformen für Schamanen und die sieht ziemlich geil aus, auf den ersten Blick Lüfte zu fliegen Feuergestalt, Wassergestalt haben wir hier aber andererseits wiederum, wenn man genau hinguckt auf den Kopf, denkt man sich so was ist denn das? Das sieht ja schon ein bisschen komisch aus und dann haben wir nämlich dementsprechend hier auch ein Meme erst freut man sich so, dann guckt man aber genauer hin und ja, schwierig, sieht irgendwie komisch aus ich glaube die Community ist dann doch nicht wirklich zufrieden damit ist eine gute Idee von Blizzard aber die Umsetzung sieht ein bisschen schwierig aus aber wie schon gesagt, der Hauptinhalt von 11.05 wird sein das 20. Jubiläum von WoW beziehungsweise der 20. Geburtstag von WoW und hier gibt es viele neue aufregende Aktivitäten und Belohnungen zu verdienen beziehungsweise zu spielen und ja, wir gehen mal hier rein es gibt im Prinzip eine neue Währung nehmt an Quests und Aktivitäten teil und verdient Bronzetrachen Feierabzeichen die ihr während den Feierlichkeiten zum 20. Jubiläum von WoW für Gegenstände ausgeben könnt darunter neben neuen Gegenständen auch wiederkehrende Gegenstände von vergangenen Jubiläumsfeiern beziehungsweise Geburtstagen und was krass ist, wir bekommen einen Schlagzug und zwar kehren wir zum Schlagzug in den Schwarzfelstiefen zurück endlich ein BRD-Raid wurde ja immer sich schon seit Classic gewünscht jetzt haben wir den Dungeon quasi als Raid zum 20. Geburtstag und zwar schließen wir uns da Moira Bronzebad an und Spieler können sich diesem epischen Schlagzug über den Schlagzugsbrowser anschließen also LFR ist automatisiert, kann man sich anmelden man kann aber auch seine eigene Gruppe mit 10 bis 15 Schülercharakteren zusammenstellen und dann dementsprechend auf normalen oder heroischen Schwierigkeitsgrad diesen Schwarzfelstiefen Schlagzug reingehen also es gibt drei Schwierigkeitsgrade für diesen Schlagzug, der ja nur zeitlich begrenzt verfügbar sein wird, aber wir müssen auch bedenken das wird ja dementsprechend auch sehr sehr lange laufen dieses Event, ich glaube über zwei Monate also auf jeden Fall November, Dezember und wahrscheinlich auch noch ein bisschen im Januar rein wird das alles der Content sein die nächste Neuerung, die reinkommen wird sind T2-Sets von den ganzen Klassen aus Classic-Zeiten quasi aber geupdatet also die HD-Versionen, die werden alle geupdatet so sieht das Ganze dann aus sehr sehr schöne Sache wobei ich sagen muss ich finde das T2-Set von Paladin fand ich früher immer am hübschesten aber jetzt irgendwie dieses neue sieht irgendwie komisch aus ist zwar also hübscher, HD und so aber irgendwie trotzdem ist es komisch aus gefällt mir nicht wirklich und ja dementsprechend alles wird geupdatet im T2-Set-Bereich aus Classic-Zeiten und auch die Klassen, die man damals quasi nicht spielen konnte wie zum Beispiel Rufa, Todesritter, Dämoniger auch die werden ein T2-Set bekommen und zum Beispiel das Rufa-Set ist dann dementsprechend angelehnt auf Charaktere, die damals quasi ein Rufa waren zum Beispiel Nefarian wurde quasi so ein bisschen benutzt um das Rufa-Set zu entwerfen und so sieht beispielsweise das T2-Rufa-Set dann aus so ein bisschen auf Nefarian angelehnt und dem Todesritter ja ein bisschen so auf Lichtkönig angelehnt oder die komischen Reiter da und dem Mohnenjäger ja weiß ich nicht was das sein soll irgendwas mit Illidan wahrscheinlich und bei Mönchen irgendwas mit Jade-Schlange-Mönchen also ist auf jeden Fall nice dass auch die Klassen ein T2-Set bekommen die eigentlich damals halt nicht existiert haben und gar keins hat und diese Sets könnt ihr euch letztendlich kaufen mit der neuen Währung Bronze Drachenfeier abzeichnen die man sich da während den Feierlichenkeiten zum 20. Jubiläum überall verdienen kann und weiter geht's mit den Zeitwanderungen durch die Klassiker und zwar nehmt an einem neuen Zeitwanderungsereignis teil das euch durch die ursprünglichen Versionen der Todesminen Zulfarrax des Düsterbruchs Ost- und Westflügel und der lebenden und untoten Kerker Stratom führt wo euch epische neue Belohnungen erwarten reiht euch über euren Abenteuerführer oder den Dungeon Browser mit Spielercharakteren der Stufe 10 und höher ein also die alten Versionen der Dungeons kommen zurück und die wird man halt machen können mit dem Zeitwanderungssystem Zeitwanderungs-Dungeons halt und Spieler erhalten die Option besondere Händler zu besuchen um neue Reittiere, Haustiere und Transmogrificationsvorlagen zu erhalten hier sind einige der Gegenstände die ihr im Sortiment von Ladenhüter Reginald im Festzelt finden könnt also übrigens vor den Höhlen der Zeit da wird alles ausgebaut das ist ein riesiger 20. Geburtstag sozusagen und da kann man sich dann krasse Sachen kaufen wie zum Beispiel verzauberte Zaubertuch Teppich Mount von W.O.T.L.K die Jagdbeer der Armani von Burning Crusade und den Fransenfeder Hypokryph von Classic W.O.W. und es geht weiter mit mehr Belohnungen verdient euch ein neues Reittier Service Award Vorlagen und mehr Mitarbeiter von Blizzard haben ja nämlich ein Special Service Award Zeugs bekommen während ihrer Zeit bei der Firma und diese Awards hat Blizzard jetzt sich quasi inspirieren lassen und die quasi als Belohnung für die Spieler entworfen dass die dann auch erhältlich sind zum Beispiel ein Mount das so ein bisschen auf Alas Asche angelehnt ist kann man sich dann auch verdienen und außerdem können sich Spieler Vorlagen beziehungsweise Transmog basierend auf dem Schild in dem Schwert und der Krone für Mitarbeiter verdienen um sie im Spiel zusammen mit einer Version des Mitarbeiter Rings als Spielzeug fortzuführen also es gibt dann auch ein Ring-Transmog und das ist halt so ein bisschen auf diese Mitarbeiter Blizzard Belohnungen angelehnt aber lasst euch da nicht verwirren das ist für die Spieler gedacht nur dass die halt Spieler dann halt auch was davon haben weil viele Spieler haben sich das gewünscht dass sie da auch Transmog farmen können ja das ist doch nice und ansonsten hebt euch mit einem 20 Jahre Ballonspielzeug und zwei knuffigen Baby-Schreckens-Lords Mini-Cars und Mini-Verdammnis die ihr als Haustiere eurer Sammlung hinzufügen könnt vom Rest ab für kurze Zeit könnt ihr zudem einige wiederkehrende Geburtstagsgegenstände mit Bronzetrachenfeierabzeichen kaufen Kernhundkette und 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 also kleine Pharion die hat man alle bekommen früher um genau zu sein also dementsprechend Blizzard-Bären-Baby zum Beispiel vom 4. Geburtstag von der WoW Welbling von Onyxia 5. Geburtstag von der WoW geschmolzenes Kernhündchen war eine Belohnung vom 10. Geburtstag von der WoW und diese ganzen Sachen die könnt ihr euch dann wieder kaufen und das ist sehr sehr nice also mehr alte Pads für alle wunderbar außerdem wird es noch ein spezielles Szenario geben oder eine neue Sache und zwar schließt euch den Feierlichkeiten bei den Höhen der Zeit an die Jubiläumsfeier dieses Jahr wird ausgedehnt und die Bronzetrachen haben die Aktivitäten außerhalb der Höhen der Zeit verlegt wobei es mehrere neue und aufregende Dinge zu tun gibt präsentiert eure Transpogrifizierungen auf der Modewahnbühne unter Moderation von Blabliblub schwingt euch in die Sattel und stimmt euch in der Reittier Rauscharena auf Blabliblub ab um eure Reittiersammlung zu präsentieren also ein bisschen flexen mit seinen ganzen Reitchen kann man da dann schließt euch Lehrensucher Joe auf der Geschichtenbühne an und lauscht einer epischen Saga bei der ihr nicht anders könnt als mitzumachen also quasi so ein Geschichtsquiz wo man Fragen beantworten muss im Publikum und dann macht Bilder mit Gildenkollegen reist zu epischen Ausblicken verkleidet euch als euer Haustier cosplayt als berühmte Helden oder berüchtigte Bösewichte wie zum Beispiel als Illidan kann man sich da verwandeln fahrt Schlittschuhe auf der Eislaufbahn oder nehmt einen Ballon für eine entspannte Fahrt um den Ereignisort das wird aber kaum jemand machen was keinen interessiert und es dafür keine Belohnung gibt aber nun gut und außerdem gibt es jede Menge zu tun und sehen während ihr euch den Feierleichkeiten in Tanares anschließt die für Spielercharaktere der Stufe 15 und höher offen stehen außerdem gibt es neue Weltbosse und zwar haben wir zum Beispiel das Schar des Zorns glaube ich was steht hier genau auf so ziemlich jeder Party gibt es ungebetene Gäste und das gilt auch für unsere Jubiläumsfeier wir bringen einige klassische Weltbosse der Vergangenheit zurück darunter den Verdammniswandler Azurigus Lord Kassak und die Drachen des Albtraums die sind schon immer da gewesen in der Vergangenheit aber es kommen noch zwei neue dazu und zwar zusammen mit einigen Spaßbremsen in den Sanden von Tanares den Schar des Zorns und Archavon der Steinwächter das sind also zwei neue Weltbosse die dazukommen werden zum 20. Geburtstag von WoW die anderen waren auch schon vorher da und Spieler können sich ab Stufe 15 zusammentun um sie gemeinsam rauszuschmeißen und einige tolle Belohnungen und die neue Jubiläumswährung zu erhalten außerdem Chromis Kodex ist auch noch ein interessantes Teil und zwar Chromi ist für jede Herausforderung zu haben doch aufgrund ihrer einzigartigen Rolle hat sie ihren Kodex nicht in Ordnung gehalten als sie darum gebeten wurde einige Zeitführungen für die Öffnung der Tore von Anquirage zusammenzustellen fand sie heraus dass die Sachen aus dem Ruder gelaufen sind sie braucht die Hilfe der Helden von Azeroth um die Dinge wieder ins Lot zu bringen und deplatzierte Gegner in den Sanden von Silithus an ihren rechtmäßigen Ort zurückzuschicken Spieler können sich über den Dungeon Browser zusammenfinden um ab Stufe 15 an diesem Szenario für 10 bis 20 Spieler teilzunehmen also im Prinzip erlebt man dort erneut die Öffnung der Tore von Anquirage oder Anquirei damals zu Classic Zeiten und es ist interessant dass es wohl ein Szenario ist mit 10 bis 20 Spielern und man kann sie anscheinend einfach random anmelden über den Dungeon Browser und da wird man halt safe auch wieder die Belohnung bekommen diese neue Währung die man halt braucht um alle möglichen Sachen kaufen zu können und dann haben wir auch noch Hilfe bei der Gästebetreuung gesucht und zwar sollt ihr Alyx jede Woche dabei helfen neue Gäste Mysterien zu lösen indem ihr eure neuen geheimnis lüftenden Fähigkeiten einsetzt und haltet während der Feierlichkeiten die Augen nach gestohlenen Gütern auf folgt den Gerüchten und löst das Rätsel wenn ihr könnt wir zählen auf euch Rätselfreunde also ein bisschen Rätseln dann da auch wieder sehr sehr schön und Korax Rache kehrt auch zurück also dieses PvP Event da gibt es auch wieder die altbekannten Reittiere zu holen aber das ist nicht weiter neu also es ist einfach nur eine Sache die wieder zurückkehrt da rüber konnte man früher auch gut leveln aber ja dann haben wir noch feiert mit den Handelsposten 30 Jahre Warcraft und zwar bekommen wir hier letztendlich feiert mit dem Handelsposten im November 30 Jahre Warcraft mit uns Spieler werden den diesmonatigen Balken füllen können um vier ikonische Rückenvorlagen für Schilde zu erhalten bei denen die Fraktionen von Warcraft 3 abgebildet sind die Orks die Menschen die Nachtelfen und die Geißel beziehungsweise die Untoten und das ist im Prinzip der Hauptcontent der euch in Patch 11.05 erwarten wird weil wir sehen ja hier das ist 11.05 das kommt irgendwann im Herbst ich tippe so auf Ende Oktober Anfang November geht wahrscheinlich der Patch live und dann halt Ende November geht wahrscheinlich dieses 20. Geburtstagsevent live und also sehr viel Content sehr sehr nice viele Belohnungen aber hauptsächlich nur Erfolge Transmog Reittiere Haustiere sonst so was herausforderndes wahrscheinlich nicht wirklich und das krasse ist halt dass es ein Raid gibt auf 11.0 normal und heroischen Modus finde ich interessant und hier sehen wir nochmal wie das so ein bisschen aussieht also dieser Hüter der Zeit also wo man immer hingegangen ist eh schon davor vor den Höhlen der Zeit sozusagen da wird halt alles so ein Stück weit ausgebaut und aufgebaut das wird ein riesiges Event und da geht es dann ordentlich ab und dann gibt es halt diesen Transmog Contest den man mit Spielern machen wird dann diese Geschichten da kann man ein bisschen seine Geschichtsskill zeigen dann ein bisschen Flexen mit Mount zum Mount Contest dann dieses komische Eiskunstlaufen ich glaube das wird kaum einer machen aber da kann man sich auch irgendwie als Pet beziehungsweise Haustier dann verwandeln lassen dann gibt es noch das Kostüm Cosplay da kannst du sich quasi als Katkar verwandeln lassen oder irgendwie einen Mag-A-Org oder halt Illidan und dann als Illidan rumlaufen und you are not prepared schreien das ist auch so ein bisschen natürlich wieder Spoilers weil Illidan wird safe zurückkehren in the Last Titan in der Weltenseelen Saga und zu guter Letzt kann man halt noch diese Gäste Rätsel dann machen ein bisschen Rätseln wird es auch noch geben dementsprechend nochmal zum Abschluss was wird hier also dementsprechend auf euch zukommen mit Patch 11.0.5 und das wird dann auch quasi das Ende von 2024 sein also das wird der letzte Content von Retail WoW in WoW The World of In im Jahre 2024 sein viel mehr wird nicht mehr kommen also für die Leute die so competitive unterwegs sind ihr müsst euch da wirklich zufrieden geben mit der Season 1 von The World of In also mit Splos Raid und PvP wird euch eine Weile begleiten weil im November im Oktober und im Dezember wird halt nur das kommen ein bisschen Story und halt dieses riesige 20. Geburtstag Event von WoW und damit kommt aber BRD wie gesagt diese Raid 10 bis 15 Spieler mit 8 Bossen anscheinend und 5 Minibossen und da gibt es halt 11 eher normal und heroische Schwierigkeitsgrad dann gibt es dieses neue Welt Event oder Szenario da kann man halt wie gesagt die Öffnung der Tore von Anquirei erleben aber anscheinend auch die anderen Events wie zum Beispiel die Geißel die Legion und mit Theontrios irgendwas mit K2 Satt weiß nicht ob das hier stimmt oder ob das falsch ist dann wie gesagt diese Zeitwanderungs klassischen Zeitwanderungs Dungeons Todes außerdem wird es einen neuen Zeitwanderung Händler geben der halt die ganzen neuen Belohnungen verkauft das würde richtig krass sein da kann man sich alles mögliche dann zusammen farmen und alles mögliche kaufen und dann wie gesagt diese ganzen komischen Events habe ich ja gerade schon erwähnt dann diese zwei neuen Weltbosse Schard der Angst und Archavon der Steinwächter die wohl in Tanare spawnen werden und das alles macht man letztendlich um halt diese neue Währung zu bekommen und mit dieser Währung kann man sich dann alle möglichen Sachen kaufen aka Transmog Reittiere Haustiere und 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 vor allem wird man anscheinend diese neue Währung auch bekommen indem man einfach Aktivitäten in Season 1 von WoW Devolve in Content erledigt beziehungsweise macht also wie schon gesagt wird es ein riesen Event aber man muss auch dazu sagen es ist primär nur Transmog Content Erfolge Content bisschen so Spaß Content ich hätte mir noch gewünscht dass wieder sowas ähnlich ist wie MOP Remix und oder Plunderstorm sowas in die Richtung kommt leider haben wir das jetzt hier nicht in dem Falle sondern ja das krasseste an diesem Event ist eigentlich dieser Schlagzug der Schwarzwelstiefen aber ist halt auch nur wieder ein Raid und kein Spaß Modus wie zum Beispiel MOP Remix oder Plunderstorm finde ich ein bisschen schade hätte ich mir gewünscht dass er sowas in die Richtung kommt aber es ist halt wie alles eher so auf Oldschool WoW Transmog fahren Reittier Wie auch immer das soll es gewesen sein von diesem wichtigen Infovideo das ist also der Content der auf uns zukommt im Oktober im November im Dezember und dann ja das ist im Prinzip der letzte Content für das Jahr 2024 für Retail WoW so wird es dann zu Ende gehen also schön über die Weihnachtstage dann dieses 20. Jubiläumsevent von WoW ist dann spielbar und ein bisschen chillen finde ich auch mal gut und ansonsten würde ich sagen schreibt mir gerne in die Kommentare was ihr von dem ganzen Zeugs hier haltet was da kommen wird lasst mich gerne eure Meinungen wissen falls euch das Video gefallen und geholfen hat lasst doch gerne auch ein Like da würde mich freuen und ansonsten würde ich sagen bedankt fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal haut rein ciao ciao